Musik Guten Tag, liebe Kinder! Es grüßt euch die Pavlina. Hallo! Komm mal bitte mit. Wir sind im Garten und da ist der Maulwurf. Hallo, Maulwurf. Oh, der Maulwurf, der ist aber ein großer Gärtner. Was hat er denn gepflanzt? Oh, ganz leckere Vitamine. Komm, wir gucken mal. Wir gucken und gucken und gucken. Und was haben wir da? Was ist das? Das ist Salat. Ganz lecker. Gucken, gucken, gucken. Oh, das ist aber schwer. Was ist das? Das ist der Brokkoli. Lecker. Gucken, gucken, gucken. Oh, da gibt es noch Vitamine. Eins, zwei. Guck mal her. Ein Paprika und der zweite Paprika. Ganz lieben Dank, lieber Maulwurf. Und jetzt gucken wir weiter. Und da haben wir auch was ganz Langes. Das ist die Möhre. Viele Vitamine hast du uns angebaut. Klasse. Dankeschön. Und jetzt sprechen wir nach Salat, Brokkoli, Paprika, Möhre. Und welche Farbe hat denn unser Gemüse? Das ist grün. Das ist grün. Das ist gelb. Das ist rot, wie die Nase vom Maulwurf. Und das? Das ist orange. Orange Möhre, gelbe Paprika, roter Paprika, grüner Brokkoli und grüner Salat. Jetzt haben wir viele neue Gemüsesorten gelernt. Sehr schön gemacht. Jetzt sind wir in meiner Küche und wir werden eine Rasse vorbereiten. Wir brauchen eine Schachtel mit einem Deckel. Solche aus Plastik oder solche aus Blech oder solche aus Papier oder diese aus Brotbüchse. Wir brauchen verschiedenes Getreide oder Reis oder Nudeln oder Haferflocken. Wir nehmen ganz wenig in die Hand und schütteln das in unsere Dose. Machen zu. Dann nehmen wir zum Beispiel Nudeln. Ein wenig in die Dose rein. Zumachen. Schön sicher zumachen. Oder auch das Papier. Da können wir ein bisschen Reis nehmen. Und schön zumachen. Und vielleicht mit dem Gummi fixieren. So, schön sicher. Und jetzt nehmen wir noch das hier. Und hier tun wir vielleicht die restlichen Nudeln rein. Und wieder Deckel. Und schön mit Gummi festmachen. Und jetzt haben wir hier unser Gemüse. Den Brokkoli, den Salat, die Möhre und den Paprika. Und jetzt nehmen wir unsere Rasse und vielleicht den Paprika und sagen an. Paprika. Und jetzt nehmen wir vielleicht diese Rasse und suchen uns den Salat aus. Und sagen Salat, Salat. Und jetzt haben wir hier den grünen Brokkoli und sagen Brokkoli, Brokkoli. Und hier nehmen wir noch den gelben Paprika und zum Schluss Paprika. Habt ihr das gehört? Paprika. Also, jetzt haben wir jede Menge gesprochen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.